Hallo und willkommen zur nächsten Folge von The Forest und wie man es merkt, ich bin nicht mehr ganz so krank und natürlich zusammen mit dem Flo, hi. Hallo. Für was machst du denn den Fackel an? Wir gehen hoch, ne? Ist dir bewusst? Ja, wusste ich. Ja, wir haben da hinten ja in der Donnerstagsfolge haben wir da hinten den Boss besiegt, diesen einen was auch immer Boss. Ja, Boss würde ich jetzt nicht nennen. Ja, aber den einen krasseren Typen. Wer sich's angucken will, hoffentlich in der Infokarte verlinkt, können wir mal reingucken. Und, ähm, wir erkunden jetzt die restliche Höhle und, ja, vielleicht finden wir ja tatsächlich irgendwas Geiles. Ich weiß nicht. Mach auf, komm, komm. Batz! Mach auf, komm. Batz! Mh, lecker, komm, weiter. Batz! Wir sind aber für uns beide da, nur noch, dass du weißt. Ja, hier hinten. Ist da auch noch was? Tatsächlich. Hohoho, lol, ich nehme mir noch mehr Stoff. Hohoho. Bis natürlich wieder weggerannt. Danke dafür, Oberma. Sneakt da rum. Und sagt nichts mehr. War nicht klar. Er war offensichtlich. Oh, hier ist ein Teil von Timmy's Spielzeug. Was? Hier, nimm mit. Das ist ein Teil von Timmy's Spielzeug. Ach, das sind Teile. Ja, eben, das ist ja der Scheiß. Wir müssen so viele Teile finden. Hier kann man runterspringen. Okay. Au! Hier sind wir das nächste. Farbe. Lecker. Oh, ja, jetzt bin ich rot. Ich pinsel mich an. Was ist hier hinten? Sind das nicht die Dinger, wo man mit Dingen anmalen kann? Äh, was glaube ich, mit TNT hochsprengen kann? Ja, ich bezweifle das. Normalerweise ist da immer so ein Symbol dann. Okay. Du warst ja letzte Folge schon unten. Ja, ich bin runtergefallen. Dann ist es ja sicher. Ja, die ersten Stufen sind sicher. Ach, warte, wir können hier speichern. Ach, stimmt, jetzt haben wir es fertig. Ja. Oh, geil. Alter, wenn ich das gerade wieder höre, ne? Habe ich richtig Bock drauf, Alter. Action! Aua! Alter! Du bist stehen geblieben, ich bin über dich drüber gefallen. Was ist das? Ey, schau gar nichts. Wo? Mullock direkt vor uns. Ah, da, ja. Warte, 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 warte. Dass du den mal so schnell siehst, Junge. Ja, ne? Du bachst gerade ein bisschen bei mir. Warte, wo ist der? Ja, er ist gerade weg. Er ist echt nicht mehr. Ich will den abschießen. Ja, da liegt der, da liegt der Loch. Ha! Es leckt. Okay, jetzt nicht mehr. Renn! Ich komme hier nicht hoch. Ey, was ist das jetzt? Da ist noch einer. Und Babys. Viele Babys. Ich sehe die nicht. Da vorne, abschießen. Die Babys kann man, oder du killst sie. Mit Babys kann ich nicht umgehen. Den Mullock kill ich gerne. Warum schießt du den Mullock ab? Weil, der brennt dann. Ja, du sollst die Babys aber abschießen oder killen jetzt. Weil, damit kann ich nicht umgehen. Der springt wieder auf mich. Alter, da habe ich das. Junge, ich habe es richtig zerteilt. Geil. Schmeckt. Wo bist du? Ich weiß, ob der aufsteht. Hilfe! Ja, super machst du das, Michi. Der war tot. Da stand es wirklich, ich kann ihn aufheben mit E. Weiß ich denn. Was ist das hier eigentlich für eine Treppe? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich will kurz irgendwie Taschenlampe nehmen. Ja, nicht Taschenlampe. Am besten irgendwie Fackel. Das hört sich nach so einem fetten an. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Bei mir fällst du runter. Ich dachte schon nur... Oh mein Gott, habe ich einen... Hä? Bei mir bist du an dem Seil gewesen, aber so, dass du runterfällst. Also nicht, dass du dich abseilst, sondern fällst. Der macht ja die ganzen... Da ist einer. Zwei. Normale Molloks. Aber nebeneinander, ne? Ineinander. Warte mal, die sehen uns noch nicht. Warte, geh mal zurück. Ich will dann Molli hinwerfen. Mach. Molli, warum? Molli, Molli. Fuck, ich sehe die jetzt nicht mehr, ne? Ja, das ist richtig. Soll ich eine Taschenlampe, kann ich... Warte, warte, ich sehe sie. Mach. Ja, beide getroffen. Alter, wir rum. Alter, wir... Der ist ja nicht, ne? Sehr schön. Warte, 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 warte. Lass die Körper nicht und gleich ins Feuer. Wir haben hier ein Feuer gleich. Stimmt. Ey, Junge, ich... Ich kann ja voll logisch denken. Aber da, das sind nur zwei Leute, das bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Ja, komm. Also wir können nicht noch nur mitnehmen, ich würde keine Rüst. und ausmachen. BAH! Wow, da hat es mich richtig geteckt. Ja. Gatsche, wo gehst du denn? Hallo? Ist das, dass du weißt? Ich sage, es sei übeldunkel, ich habe übel Schiss. Geht sie auf den Kreis und geht zurück. Ich dachte, wir sneaken. Oh, hier ist Medizin. Und... Oh, guck mal, nimm die Snacks, ich bin voll. Und bei Medizin bin ich auch voll, Alter. Wow, ein Snack war da noch. Warte, dann esse ich kurz was und nimm den anderen Snack. Okay, du hast den schon geklaut. Oh, mein Gott, müssen wir tauchen? Nee. Nee, ich glaube, du kannst da durchlaufen. Lauf ein bisschen am Stein, sonst geht die Fackel vielleicht. Oh, nein, dahinter ist was. War da die Fackel, das ist aus, warte mal. Ich sehe noch nichts dahinter. Warte. Aber ich höre was. Alter, da schläft safe so ein Riese. Wo denn? Guck mal, ich bin hier durch. Ja, man kann hier echt übergehen. Aber mach es auf, mach es auf, wenn ihr aufhauen. Okay, und jetzt sneaken, sneaken wirklich. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie viele? Ich habe mich richtig erstocken schon wieder. Komm rein, rein 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 rein. Die Falle einfach, nimm das Katana oder irgendwas. Die haben uns schon nicht gesehen. Ach, du hast ja die Axt, stimmt. Ich dachte, das wäre eine normale Fackel. Aber die Brenner dann hier eh nicht. Ah, stimmt, ich nimm das Katana. Oh, da ist ein fetter, ne Spinne. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Wir müssen an Land, wir müssen irgendwie an Land bekommen. Ich sehe nichts, ist dir bewusst, ne? Hä, das voll hell. Nimm ein Feuerzeug in die Hand, komm, äh. Bei mir ist es nicht öll, ich hab auch noch mehr anderen Teufel. Lass die einzeln anlocken. Die Mullucks müssen wir halt erstmal killen. Ja, ja, einzeln, einzeln. Die kommen ja nicht. Geh nicht so weit hin, geh nicht weg, geh weg, geh weg. Ich bin immer noch am Land, ne? Ist dir bewusst, ne? Die hauen ab, die haben voll Angst. Oh, der kommt. Oh, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Alter, richtige Abschlachtung. Zurück, zurück, wieder zurück. Das ist nicht tot, doch, doch, doch. Da hinten ist wieder der nächste Mulluk. Ich glaub, wieder einer. Bleib da stecken. Aber mach die Ding nicht kaputt, weil sonst kommt die Spinne da durch, glaube ich. Die stecken da. Ja, aber wenn du kaputt machst, dann kommt vielleicht auch die Spinne durch. Oh, komm, der kommt. Oh, fuck. Hä? Jetzt rennt er wieder weg. Ist der Ding? Ja, kill ihn. Hä? Geh drauf. Sind die behindert, Junge. Aber nicht kaputt hauen, nicht kaputt hauen. Geil. Alles easy. Ich seh die Spinne. Ich will nicht weiter rein, nicht weiter rein. Ist der belöt, der springt die ganze Zeit. Da kommen Babys, Baby hinter dir, Baby hinter dir. Oh, tschüss. Dieses scheiß Mistding, ne? Komm doch her, du bist so ein Junge, ne? Ich mox dich jetzt so tot. Er geht zurück, speichern, danke. So, meine Freunde, wir haben uns jetzt Knochenrüstung gemacht. Jeder hat vier Stück. Und, ähm, ja, wir haben gespeichert, also, der Kampf gegen die Spinne kann beginnen. Falls wir sterben, kein Problem. Wir haben gespeichert. Kann man einfach nochmal hin und Knochenrüstung bla bla bla, alles ist gespeichert, das ist geil. Wir haben beide vier Stück. Bloß das scheiß Ding, das Problem ist, das sind Babys. Jetzt, ja, jetzt hat kurz regeneriert. Neben der Spinne sind Babys. Ja, wir locken die einfach an. Also, was auch, wo ist die Babys oder die Spinne? Ich wette, gleich bringt mir so ein scheiß Baby ins Gesicht, ne? Wo sind die? Die Spinne ist rechts, nicht geh weg, du gehst schon wieder weg, man. Er will zu warten, bis sie zu uns kommt. Die kommt nicht freiwillig. Zweifel ich. Ist die spawn? Lul. Ich seh die nicht. Warte mal. Ich seh sie halt auch nicht, die hat sich versteckt. Komm, sie wollen, ist dir auch noch zugehören. Ich hab grad zu Angst, ne? Ah. Ich seh sie halt echt nicht. Ich hab ewig. Ja, die springen uns gerade. Da, da, da hinten, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Zwei! Was? Rechts und geradeaus. Da sind zwei Spinnen. Ich seh nur eine. Ich seh zwei. Rechts. Und geradeaus. Nein, rechts ist keiner. Doch, nein, ich bin doch nicht behindert. Doch. Das sind zwei, oh mein Gott, nein, Flumman, tu mir das nicht an. Das sind zwei Spinnen. Oh. Mein. Gott. Ja, dann los, drauf jetzt. Da sind zwei Spinnen. Wir müssen irgendwas machen. Ja, lass auf die eine jetzt mal drauf. Wir sind auch noch Babys hier, guck, siehst du die? Ja, ja, ich weiß. Hallo, wie viele Babys? Guck, da rechts ist die zweite. Siehst du die Babys? Siehst du die Babys? Sie sind so blind, nein. Was soll ich jetzt dagegen machen? Wir müssen zur Spinne. Oh, die Babys kommen zu uns, hallo, na. Ja, dann geh doch weg. Oh, geh weg. Eine Down. Die eine Spinne kommt. Die Down. Die Down. Die Down. Du kümmerst dich drum, ich kann die nicht. Du kannst nicht immer nur warten, du musst dann den Kampf ziehen. Junge, es sind zwei Spinnen. Ich sag ja, lass auf die Linke jetzt schnell gehen. Die andere kommt von rechts, sie kommt, sie kommt, sie kommt, rechts. Jetzt kommen beide auf uns, du bist so behindert, na. Nein. Ja, du musst ja irgendwie die Babys kürten, oder? Ja, okay, dann lauf weg. Jetzt kommen beide. Ein bisschen wieder zurück. Ja, apropos, da sind keine zwei, na. Wie viele Babys hast du jetzt? Übelst viele, du musst es ja auch mal sehen. Hashtag was? Lass jetzt auf die geradeaus gehen. Warte, 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 ich hänge. Was war das jetzt für ein Bug? Hashtag Mike ist ne Pussy. Ja, das weiß ich selbst, hab ich auch schon oft selbst gesagt. Alle, Junge. Warte, die Babys. Da kommen sie beide wieder, beide Spinnen kommen. Das ist so unpraktisch, dass beide hier sind. Achtung, Achtung, Achtung. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Weg, 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 weg. Ich glaub, die, die klemmte, die klemmte, die klemmte. Alter, die springt auf mich. Okay, los, los, los. Rein, 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 böllern. Alter, hat die geile Dinger. Trifft mich nicht, aber ich treff sie. Ich hab schon zwei Rüsten verloren, das ist so schwach. Ich hab drei verloren. Alter, bleib doch mal stehen, du. Komm weiter, weiter drauf, weiter drauf. Das ist mir klar, ich hab keine Ausdauern mehr. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die ist down. Die ist down, weg, 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 weg. Die andere macht Angriff. Ja, ich hab keine Ausdauern. Wir rennen, ich auch nicht, wir trennen uns grad. Ja, weil du nicht zurückläufst. Doch, ich bin aber in eine andere Richtung zurückgelaufen. Richtig. Alter, ich hab alle Rüstungen schon verloren. Ich hab noch eine Rüstung tatsächlich. Warte, ich muss aber Snacks essen. Das ist so schwach. Ja, ich hab dir ja gesagt, dass es nichts bringt. Naja, wir sind nicht gestorben. Ich bin jetzt full. Full essen, full trinken, full life. Und ich hab nur noch eine Rüstung. Die andere, komm, die, komm, die, komm, die, komm. Warte, lass sie hinloggen. Lass sie hin, nimmloggen. Die kommt nicht hin. Doch. Dann lass draufgehen, oder? Irgendwas muss hier aber sein. Zwei Spinnen. Was ist hier, bitte? Naja, bei dem einen Endgegner war ja auch nix bei dieser anderen. Du hast die eine gerade weggekickt. Ja, ich bin hinter dir. Direkt hinter dir. Nein, ich mein die Spinne, die soll kommen. Jetzt kommen sie. Wie das aussieht. Die macht die Beine breit. Komm, jetzt, komm, 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 komm. Die ist schon wieder auf mich fokussiert. Ja, das bin ich gut. Du hast schon wieder keinen Bock. Ja, ich auch. Jetzt kann sie wieder weg. Ich hab keine Ausdauer. Warte, ich kann kurz tanken, wenn es geht. Da ist ein Mulluk. Da ist ein Mulluk. Ich kümmere mich um den Mulluk, ja. Aber ich hab keine Ausdauer. Nix. Nothing. Ich auch not. Und er schreibt mich an. Er schreibt mich an. Okay, warte, 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 warte. Boah, shoot. Die springt dann auf dich, doch. Ja, ja, ich weiß schon. Oh, sie ist down. Sie ist down. Weg, 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 weg. Lass wir den Mulluk killen. Alter, wir sind richtig gut. Oh, da ist er. Woher kommst du denn jetzt eigentlich? Was soll der Scheiß? Nochmal reintreten. Okay, dann weiter. Aber mach die Fackel wieder an deinen Dingen dann. An mein Ding. Da sind immer noch Babys. Achtung. Ja, die musst du töten. Komm, Achtung, die ist neben dir. Komm, einschlag, einschlag. Ich weiß schon, aber ich treffe die immer nicht und dann... Auf den Boden gucken. Okay. Hier ist auch noch eins. Schau mal her. Ich seh's nicht. Okay. Äh. Kann auch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Warte, können wir vielleicht tauchen? Denkste? Hm. Mal gucken. Probier mal. Oh, ja, 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 ja. Warte, warte. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Oh, tatsächlich. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja, ja, voll raus. Voll raus, ne? Aber mach nicht schnell schwimmen, weil sonst haben wir keine Ausdauer. Mein Gas geht voll leer, ne? Das ist schon zu dreiviertel leer, glaube ich. Ja, wir haben ja noch Gas-Tanks. Kannst wieder hoch. Was? Jetzt schon wieder? Sicher? Willst du nicht weiter? Was bringt mir noch? Nee, geht noch nicht hoch. Doch. Wir sind nur ziemlich tief. Boah, ich leuchte dich grad an. Alter, Hilfe! Hab' ich grad' voller Schrocken. Hier muss doch jetzt irgendwas krasses sein, oder? Man muss tauchen, man muss zwei Spinnen besiegen. Also, ich bitte dich. Jetzt sind erstmal Feuerzeug an. Überm Wasser. Ja, wir müssen auch ein Feuer machen jetzt. Ey, hier ist so dunkel, ne? Ich hab so Angst wieder. Und mir ist kalt, ja. Oh mein Gott, hier ist ein Lager. Warte, ich seh' nix. Ich bin auch noch nicht oben. Okay, speichern. Warte, ich mach' ein Feuer gleich. Ich speicher. Hier ist der Bogen! Warte, warte, warte. Bogen, wo? Hier! Da auf dem Karton! Lol! Modernbo. Warte, ist es der Verbesserte? Nein. Doch! Der Moderne. Ja, der Moderne. Der andere heißt ja auch Moderne Axt. Verbesserte Axt. Oh mein Gott, der ist so selten. Selten nicht, den findet man hier immer. Ja, ja, aber das ist ja mega nice. Und den haben wir einfach aus Versehen gefunden. Wir wollten die Moderne Axt. Ja, erzähl. Nein, nein, das Ding ist, wir gucken immer nach, wo wir ungefähr hin müssen, in welche Hülle. Und ich hab' ein verältertes Video gesehen, wo gesagt wurde, ja, hier liegt die Moderne Axt, bla bla bla. Und dann war sie nicht da. Deswegen sind wir einfach mal weitergegangen und haben gesagt, so, ja, für nächste Folge gucken wir die Hülle einfach weiter an. Und jetzt sind wir weitergegangen und haben die gefunden. Mega nice. Pistolenmunition war hier auch. Pistolen wo? Okay. Kann man die aufschlagen, die Karton? Ja, schade. Okay, und wie macht man Pfeile? Hat man, da waren lang schon ein paar dabei. Ah ja, hier, stimmt. Erstens langen da schon ein paar welche und zweitens kann man die auch irgendwie craften. Dann... Und hier sind Stöcke, dass die mal mitnehmen. Ja, hab ich schon, hab ich schon, voll. Ey, das ist richtig geil. Ich bin durchs Feuer gerufen. Das ist so blöd. Ah! Okay, los, weiter. Hast du gespeichert? Ja, der geht's nicht, weil wir müssen zurück. Das war's. Waren wir hier schon? Die waren wir noch gar nicht. Ey, wir werden hier nie wieder rauskommen, Waller. Doch, der andere Weg führt raus. Ich war... Hilfe, da ist ein... Das sind zwei Stöge, Alter. Ja, komm, das einfach ein. Zwei Molochs, das macht mir gar nichts. Das ist ja locker easy, du Spacken. Nur mal reinwollern, die ist noch nicht tot. Erst wenn da eh steht, jetzt steht da eh. Oh, Hilfe, der ist noch nicht tot. Ich sag ja, erst wenn da eh steht, hab ich gerade nochmal gesagt. Ja, warum lässt du ihn dann einfach auf mich zugehen? Hab ich doch nie, ich hab doch Meiden gekillt. Das war doch deiner, um den musst du dich doch... Ja. Hier ist schon wieder was, ebens riesig. Oh, es liegt hier im Stock. Denkst du, da muss man tauchen? Ja, sieht so aus, oder? Nee, ist einfach nur tiefes Wasser, glaube ich. Warte, ich mach mal Tauchgerät. Alter, ist es laut. Was? Da ist der fette. Da is er. Die Frage ist, ob das nur einer ist diesmal. Ja, ich denk schon. Warte, muss er nicht hier schon wieder? Ich fall runter. Hallo, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Oh, jetzt fällt er runter. Ja, ja, passt perfekt, perfekt. Komm, drauf, drauf, drauf. Ja, zünd die Nummer an. Scheiße, ich bin fast tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, ich bin tot! Ich bin auch tot. Wie schnell? Ja, und ja. Was hat er gemacht? So, Leute, ich würd sagen, da wir jetzt gar gestorben sind und da ich sehe, wir haben schon 45 Minuten aufgenommen, das reicht auf jeden Fall für eine Folge, weil wir auch viel geschafft haben. Mega nice, mega, mega nice, dass wir hier den verbesserten Bogen gefunden haben. Jetzt bist du durchs Feuer. Ey, wir sind zu behindert. Okay, ich würd sagen, wenn euch der Park gefallen hat, lasst ihn merken und da schreibt auf jeden Fall weitere Tipps in die Kommentare für die nächste Folge für Donnerstag. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot.